Musik Hallo zusammen, in dieser Videoreihe wollen wir als Jugendleiter Christoph und ich Matthias euch zeigen, was wir mit dem Musikverein in der Jugendarbeit machen und wie die Ausbildung abläuft. In diesem ersten Video gibt es eine kurze Einführung durch Heike, unsere erste Vorsitzende. Hallo ihr Lieben, es ist allgemein bekannt, dass die Musik ein wesentlicher Bestandteil der Entwicklung eines Kindes ist, denn sie fordert neben der Kreativität unter anderem auch das Sozialverhalten, die Konzentrationsfähigkeit und auch das Verständnis für logisches Denken und Rhythmus. Es spricht also nichts dagegen, dass ihr Kinder Instrumente lernt und es am besten bei Musikverein Waldringer. Beim MVB spielen derzeit ca. 100 Musiker, 70 davon im Aktivorchester, die restlichen 30 sind noch in der Jugendausbildung und spielen in unsere zwei Jugendorchester. Wir pflegen die langjährige Tradition, Musik auf hohem Niveau zu machen, dabei aber nie die Freude daran zu vergessen. Das sieht man auch anhand unserer Auftritte. Neben unserem Jahreskonzert und auch der Teilnahme an Wartungsspielen, bei denen wir anspruchsvolle Stücke in der Höchststufe spielen, liegen uns auch die Auftritte im Festzelt oder in der Biergärter sehr am Herzen. Die gemeinsame Liebe zur Musik trägt aber natürlich dazu bei, dass wir nicht nur musikalisch, sondern auch gemeinschaftlich eng verbunden sind. Deshalb dürfen gemeinsame Ausflüge, Hütterunhalte und das Spezi nach der Probe auch nicht zu kurz kommen. Und wie ihr Kind mittendrin statt in Dubai sein kann, kommt jetzt in den nächsten Videos.